Auf dem Berg, da oben. Was ist? Was, wo? Da auf dem Berg. Ah, das ist kein Boss, aber da kommt was im Übrigen an. Gerannt. Alle, Mann, auf die Luft. Einer ist weg. Zweiter ist weg. Oh, warte mal. Wer ist das? Bracelet für Mage. Ey, der ist runtergefallen, der Typ. Ja, aber den kriegst du nicht kaputt. Der ist ultra, aua. In jedem Level geht das noch nicht. Die Geräuschkuss ist nicht so übel. Ich hab sie liebevoll Toilettenspülung genannt. Wir müssen den jetzt überhaupt hin, weil dann weiß ich was. Wir müssen. Aber ist eigentlich auch wurscht. Wir können auch hier lang gehen. Das Einzige, was ich anhabe, ist eine Rüstung. Was? Ja, mehr habe ich nicht. Mehr konnte ich noch nicht anziehen. Wie hast du das denn gerade gemacht? Skill. Ach, du bist ein Level 4. Ja. Auf geht's. Ach, rechts ist noch so'n komischer Riese. Ja, wir müssen eigentlich zu so'n Schwert. So'n doppelt gekreuzten. Ja. Geh hin. Ist aber ganz schön weit weg da oben. Die Lüster. Geh hin. Geh hin. Geh hin. Geh hin. Wo ist hin, wo ist hin, wo ist hin. Ah, Cocken. Findest ganz schön viel Zeug? Danke. Er hat schon wieder was geklau... äh, gekriegt. An. Steffen schiedelt genauso schlimm wie du. Wart nur ab morgen. Ganz groß. Wie, was morgen, hä? Ja, morgen. Die ganze Nacht du hast gesuchtet. Busch. Ging's eng. Mal kurz mal hier. Ich mach mal kurz Potions. Ich mach mal kurz Potions. Ey, ja. Macht immer die Nächte durch. Lasst mal die ganz normalen noch weiterleben. Untote unter mir. Untote unter mir. Was? Untote unter mir? Wo bist du denn? Ja. Ja, warte, ich komme. Nein. Ja, dann heißt es wir kommen. Aber die sind... Die sind aber nett, glaub ich. Ja, sind sie. Bis auf das da in der Ecke. Yay, 1 XP. Äh, ja, ich finde die EP ist ein bisschen komisch, ne? Also, dass wir teilweise zusammengrinden muss, ist echt nicht normal. Für den Wolf kriegst du halt teilweise so 7. Ja, für die 7 kriegst du mehr als für, wenn du irgendwas Rotes angreifst. Na, was? Ja, macht keinen Sinn. Ja, wenn du irgendwas Neutrales angreifst, da kriegst du teilweise mehr EP für als irgendwelche anderen. Und wir müssen jetzt halt wirklich so diesen kreuzen, oder was? Also diesen Geschwänden an kreuzen. Können wir mal gucken, was wir schaffen da an der Stelle. Was ist das? Ein Schaf. Ein Schaf, ja. Lass mich noch mal drauf hauen. Von. Hm? Ich krieg nur XP, wenn wir drauf gehauen haben. Echt? Ist auch so. Ein Schaf. Ein Schaf. Ein Schaf. Ich trink mal kurz ne Potion. Boah, alter Schwede. Ah, der macht 77. Ich brauche 180. Nur auf einen EP. For real? Da sind Zwiebeln. Ja, laufende. Viel Spaß, gehen wir ran. Die können nix. Geht doch. Nix. Wann, wann, wann. Eine XP. Wann sind Bären, oder was ist das? Äh, ja. Die würde ich in Ruhe lassen. Hey, jetzt weiß ich's wie. Wahnsinn. Ein XP. Äh, die da oben, die sind ein bisschen crazy. Hier den nach vorne können wir machen. Ach, dann komm ich ein, äh, V. Pär, hau. Komm, haut drauf. Jetzt! Wahnsinn! Finde ich auch ein bisschen doof, dass du auf Karten nicht markieren kannst, wo du hinläufst. Aber mein Gott, das kommt vielleicht noch. Hässiger Goblin mit der roten Nase. Ja? Warum spielt man sowas? Wir laufen in die falsche Richtung. Wir müssen hier lang. Finger weg, meins. Ach, geh weg mit deiner hässigen Nase. Ich habe Zapfe. Du hast vor allen hässige Pixeltippen. Ja. Jetzt geht's aber los, ey. Hat er! Ich liebe Karten. Oh! 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 Mach langsam, mach langsam! Ich mach nur ein einstelliges Damage! Oh! 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 Gut! Du hast auch nur es. Das wäre ein Schaden. Was ist das da drüben? Eine Witch, oder? Irgendwas Goblin-technisches mit... Und weg ist es. Hier oben ist noch ein Lagerfeuer, falls einer eins braucht. Oh! Oh! Habe ich noch nie gemacht. Moment, ich kann hier das Zeug doch bauen. Wenn du Wasser mittlerweile reingefüllt hast in deine Potions, dann ja. Ach, Hühner. Da war ja was. Ich warte kurz, bis du oben umgekehrt bist. Was? Hühner! Komm. Achtung, ein Ork greift mich hier unten an. Nein, Torque. Ork, Ork. Lass mal Hühnerkloppen gehen. Und Bienchen. Incoming Hühner. Kommt dann auch das? Ey, die können fliegen. Nicht nur die. Das ist gar aus. Mehr Hühner. Oh Gott, hast du noch eins? Das ist gar nicht so viel, okay. Nö, aber das ist... Da sind ein paar auf einmal hoffen, halt. Fenja, receive battle-tested wood-warned. Ja, ja, ich guck mal gerade, wo das ist. Ja, also mit dem Looten, das muss man natürlich auch mal gucken. Mage war das. Vielleicht irgendwas einstellen. Ja. Man wird sofort automatisch in eine Gruppe geworfen, was ja nicht schlecht ist. Im ersten Moment zumindest. Weil Multiplayer-Map macht ja schon immer Sinn. Ja, man müsste halt jetzt nur noch gucken, wie man die Multiplayer-Map an sich bestimmen kann. Ja, das war der, den ich meinte. Oh, ich glaube, es wird langsam noch dunkel hier. Was? Es wird auch langsam hier dunkel. Oh, schön, dieses Zirken-Gegrille hier. Leg dich mal aufs Bett hier, das... Hab ich schon. Ja. Mike. Ja, ja, schon fertig. Wiii. Kann auch nicht ein Spin-Ree-Lock, eh? Das ist... Ja, hier lang. Das ist gut. Das ist eine Höhle oben rechts. Hm, na, kann man mal reingehen. Gepland-Erz und so. Eben. Und eine Fledernaus. Eine vergiftete, gestumpte Fledernaus. Achso, ja, ja. Huh, was ist das? Match, Alter. Mage. Ich hab ja als erstes ein Mage angefangen und war dann irgendwie doof. Warum macht er keinen Schaden? Hm, nee. Du musst permanent zielen. Nee, danke. Hab ich keinen Bock drauf. War jung, leider. Hier ist die übelste Party. Was für ein Geier ist das denn? Das sind drei und drei. Oh. Das kannst du vergessen. Zerlasern uns. Ja. Das hab ich vorhin zerschreddert, unter anderem. Cotton. Ich seh Cotton. Ich bin hinmal lang. Uuuuh. Blümchen. Der Hündchen. Der Arm unten. Kann ich hoch hier? Ja jetzt. Kannst doch hochklettern mit SRG. Ja, ja, da waren wir ne obere Schwelle im Weg. Bei XP. Jupp. Der Hündchen, Alter. Oh, Laser. Sie haben uns entdeckt. Lauf, lauf, lauf. Sie haben uns entdeckt. Das sind gar nicht die Laser-Guffes. Die sind ja dann easy. Hm? So langsinnig schnell sein, ist kein Problem. Ah. Laser ist halt nur hart behindert. Das sind so komische blaue Viecher da vorne. Das ist Dark-Bark. Bellenden. Dark Diesel. Ich logg mal ein. Hey yo. Oh. Dark Diesel. Lauf. Der sterbt ihr. Lauf, 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 lauf. Ich hab gepolt, lauft. Ja. Hier. Oder? Warte mal. Ey, die sind noch rot bei mir. Viel Spaß. Ne, ich nötig jetzt mit's. Wobei, einer könnte klappen. Bleib mal stehen. Ne. So, dann mach ich mal eh nicht da hinten. Nope. Einer ist da. Aua. Schmerzen. Diese Schmerzen. Aua. Er hat mich gebissen in den Arsch. In den Pixel-Arsch. Wow. What the fuck is that, alter? Äh, das sind die Plus-Dreer, die mich vorhin gejagt haben, unter anderem. Die willst du nicht angreifen. Die willst du nicht angreifen. Aber du kannst dir nicht angreifen. Ich guck ihn aus der Ferne zu. Narok-Tree, ah, der, der Baum ist da. So, ich geb ihm fünf Sekunden, bis er tot ist. Drei, vier, ah, guck mal. Der kratzt halt echt nur dran, ey. Die Plus-Dreer wollte ich nicht angreifen wollen. Ich hatte vorhin halt einen Minotaurus-Plus-Dreer hinter mir her. Und noch so eine Bande von denen da. Komm mal zu mir. Wo bist du denn überhaupt? Ach, da oben. Hinterm Berg. Ich hab hier was. Ach, hier oben ist doch der Typ drauf. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Was? Oh, ist eine Höhle. Ja, wer soll aber au da oben drauf kommen? Ich hab einen Leuchtepilz gefunden. Wo ist er denn hin? Ist er doch ab, die Scheiße. Ich muss erst mal das Erz hier abbauen. Und ich glaube, ich will es auch nicht wissen. Ein Waschbär. Was macht ihr da? Ein epischer Waschbär haben wir gefunden. Ist ja beide tot. Also das, das, das Ding ist für mich perfekt. Was hat ihr jetzt eigentlich? Wir sind gerade gestorben. Achso. Level Up! Geht's jetzt? Ja, und was kann ich das Becken? Wo, wo, wo? Kannst du das hinter Ninja oder das andere machen? Nö. Kann ich nicht. Du drückst jetzt erstmal X. Ja, druck ich ja. Und dann hast du oben zwei Icons. Und eins von beiden kannst du auswählen. Ja, das hab ich ja schon ausgewählt. Ach der da oben? Oh mein Gott! Assassine. Das ist ja wirklich ein riesiger Waschbär. Ja. Hallo. Hallo Waschbär. Oh mein Gott, er rollt. Oh mein Gott! Röttet mich! Röttet mich! Röttet mich! Hier! Was intercepten kann man? Wie kann man das denn? Als Skill hab ich das. Bist du jetzt das andere? Nicht Ninja. Nein! Halt's mir aus! Hm. Ja! Komm zu uns! Ah! Lauf! Ja! Bye bye! Wieso kannst du sowas? Warum kann ich sowas nicht? Weil ich das geskillt hab. Weil ich das nicht geskillt hast. Wie kann man denn was? Hä? X drücken? Ja. Und dann kannst du darauf Punkte setzen. Richtig. Ich hab nur... Ich hab doch gar keine Punkte. Doch. Klar. Ich versteck mich grad vom Waschbär. Mhm. Ich versteck mich wirklich vom Waschbär. Das hat funktioniert. Man kann line of sight nämlich brechen. So, äh, ich hab null von zwei Punkten. Ja, das heißt, du hast noch keinen verteilt. Hilfe! Ach so. Ach, ich muss erst die... Ach, ich muss erst die andere... Hahaha! Ah, da kommt er! Hihihihi! So, was haben wir denn? Swimming? Climbing? Padmaster? Ach, Padmaster! Ich hab schon erst dieses Intercept genommen. Ja. Intercept. Und dann kommt Sneak noch irgendwann. Aber das kann man jetzt, glaub ich, noch nicht anwählen. Erst wenn's hell, wenn's erläutert ist. Ja, Sneak... Das Einzige, was ich halt unterscheide, ist halt dieses, äh, letzte Ding da. Ist halt bei uns Shuriken Attack. Und der andere Camouflage. Ja. Und die Frage ist jetzt wirklich, wo packst du den zweiten Punkt rein? Anscheinend auch im Intercept. Ja, ich hab in den Intercept ziemlich viel reingeskillt. Und wie krieg ich die jetzt auf meine anderen... Ach, das geht automatisch. Okay, ich seh's schon. Sehr schön. Wie du hast gelernt. Äh, wo ist denn der Rest? Ach, da vorne. Wait for me, Argentina. Es gerade. Kann eh net. Ja, das kann ja jetzt gehen, ne? Ja, und für zwei Punkte jetzt immer mal. Ich muss nur mal das Träger kurz empfuschen. Ah, aber und das Wasser können wir mal ganz kurz abstehen? Ist das Wasser machen? Ja, geh mal hin, ich bin hier oben am Lagerfeuer. Weil ich muss die... Da unten sind fliegen. Oh, hier ist ein Zwerg, Alter. Komm her. Ah, geh mal erst hoch. Tod. Komm. Lass ihn. Komm hin. Äh, danke, dass ich auch noch mal draufhauen durfte. NP. Hab jetzt einmal nur draufgehauen. Mach jetzt... Ich bin jetzt selber mit zwei und bin jetzt super. Stark. Einmal mit Profis, die, äh, ja. Ich kenn doch nicht meine neuen Kräfte. Ja, du hast ja auch noch, äh, ne? Ich hab noch gar nix. So, hab jetzt Wasser. Nur Standardwaffe halt. Was war alles unlocked hier drinnen und Level ab? Naja. Das Crafting unlocked und so, das ist echt krass. Pumping Muffins. Naja, richtig, die kannst du jetzt auch machen und so. Ich kenn aber auch keine Amulette und sowas. Fünf, vier, drei, zwei, eins, zwei. Power Level 17, okay. Iron Fist, okay. Du kannst mit so Fistdingern hauen. Mhm. Du kannst die fisten. Boah, der war so flach. Nochmal. Passt ne Tür durch. Ja. So. Ich find's schon geil, ey. Wenn du später einen Gleiter hast und einen Boden, ey, dann geht da bestimmt einiges. Uh. Die sind nicht so teuer, das ist ganz schön eigentlich. Potions. Ich baue gerade Thumpins, Muffins. Oh, da ist sie hingefallen. Ich bastel mir gerade neue Potions, womit ihr halt beim Laufen trinken könnt. Kann ich halt noch nicht. Nicht schlecht. Mir fehlen Flaschen. Ja. Ich hab die Flaschen nicht gekauft. Du hättest ja mal zu mir kommen können, aber nein. Nein. Ich war. Ich war überall. Es war so viel Neues. So viel Neues. Aha. Oh mein Gott. Mein Kopf. Pumpkin Muffins. Da hinten überm Berg. Das ist zu hoch noch da. Keine Ahnung. Hört sich an wie so, hm. Ne Uhr. Tick. 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 Ja, ich auch. Tick. Das höre ich jetzt zum Glück nicht. Haha, wenn du beides hören würdest. Oh Gott. Nicht nur beides. Überleg mal ne ganze Gruppe. Ein ganzes Dorf. Bing, 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 bing. So, die Gingsen machen 200 Hitpoints wieder, die Muffins machen 110 und die Potions 200. Warte hoch. Kühe. Muss Kühe schubsen gehen. Tick. 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 wo 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 bei herz a lot of stuff zufried ein bisschen hier um er sagt auch eine witsch klarer freundliche machen wir uns um im herzschild stand hier